Jedes Jahr verbraucht die Welt 35 Milliarden Barrel Erdöl. Diese gewaltige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verschmutzt die Erde und die Vorräte versiegen irgendwann. Forscher schätzen, dass bereits 40 Prozent der Welterdölvorkommen verbraucht sind. Nach aktuellen Prognosen werden wir in etwa 50 Jahren kein Öl und Gas und in einem Jahrhundert keine Kohle mehr haben. Auf der anderen Seite haben wir Sonne, Wasser und Wind im Überfluss. Das sind erneuerbare Energiequellen, die man nicht im Laufe der Zeit aufbraucht. Was, wenn wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gegen eine Versorgung durch erneuerbare Energiequellen tauschen könnten? Darüber grübeln wir schon seit Jahrzehnten, doch noch immer deckt erneuerbare Energie nur etwa 13 Prozent unseres Bedarfs. Um 100 Prozent zu erreichen, ist günstige und leicht verfügbare erneuerbare Energie nötig. Das ist eine riesige Herausforderung, sogar wenn man die Politik ignoriert und sich auf die Wissenschaft und Technik konzentriert. Das Problem ist leichter zu begreifen, wenn man versteht, wie wir Energie nutzen. Die globale Nutzung von Energie ist ein sehr komplexes System, dessen einzelne Elemente eigene Lösungen erfordern. Zunächst konzentrieren wir uns auf zwei der vertrautesten Elemente – Strom und Flüssigkraftstoffe. Mit Strom werden Hochöfen, Aufzüge, Computer und viele Dinge in Haushalten, Unternehmen und der Industrie betrieben. Flüssigkraftstoffe hingegen sind für fast alle Transportmittel wichtig. Betrachten wir zuerst den Strom. Die Technologie ist bereits weit genug fortgeschritten, um die nötige Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Und das Angebot ist groß genug. Die Sonne strahlt kontinuierlich etwa 173 Billiarden Watt Sonnenenergie auf die Erde. Das ist fast das Zehntausendfache unseres derzeitigen Bedarfs. Geschätzt bräuchte man eine Fläche von mehreren hunderttausend Kilometern, um die Menschheit beim derzeitigen Verbrauch mit Strom zu versorgen. Warum errichten wir das nicht? Weil es noch andere Hürden gibt, wie Effizienz und Energietransport. Um die Effizienz zu maximieren, müssten Solaranlagen in Gebieten mit viel Sonnenschein stehen, zum Beispiel in Wüsten. Diese sind jedoch weit von dicht besiedelten Regionen mit hohem Energiebedarf entfernt. Es gibt jedoch auch andere Formen erneuerbarer Energien, wie Wasserkraft, Erdwärme und Biomasse, die wir nutzen können. Aber auch diese haben je nach Verfügbarkeit und Standort ihre Grenzen. Im Prinzip würde es uns ein weltweit verbundenes Stromnetz ermöglichen, den Strom von dort, wo er erzeugt wird, dahin zu transportieren, wo er gebraucht wird. Der Bau eines solchen Systems wäre allerdings astronomisch teuer. Wir könnten die Kosten aber senken, indem wir Technologien entwickeln, um Energiequellen effizienter zu nutzen. Auch die Infrastruktur für den Transport der Energie müsste drastisch verändert werden. Heutige Stromleitungen weisen einen Verlust von etwa 6 bis 8 Prozent auf, weil die Energie durch Widerstand verloren geht. Bei längeren Leitungen wäre der Verlust noch größer. Supraleiter könnten eine Lösung darstellen. Solche Materialien leiten Strom ohne Verluste. Leider funktionieren sie nur, wenn sie auf sehr niedrige Temperaturen gekühlt werden, was Energie erfordert und somit den Zweck verfehlt. Um von dieser Technologie zu profitieren, müssten wir neue, supraleitende Materialien finden, die auch bei Zimmertemperatur funktionieren. Und was ist mit den allgegenwärtigen Flüssigkraftstoffen aus Erdöl? Die Herausforderung besteht darin, erneuerbare Energie leicht transportierbar zu machen. Jüngst gab es Verbesserungen bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus, die trotz geringem Gewicht eine hohe Energiedichte aufweisen. Aber selbst die besten davon speichern nur etwa 2,5 Megajoule pro Kilogramm. Das ist etwa 20 mal weniger Energie, als ein Kilogramm Benzin enthält. Um wirklich wettbewerbsfähig zu sein, müssten Autobatterien ohne zusätzliche Kosten viel mehr Energie speichern. Bei großen Schiffen und Flugzeugen sind die Herausforderungen noch gewaltiger. Für einen Atlantikflug bräuchte ein Jet eine Batterie, die etwa 1.000 Tonnen wiegt. Auch das erfordert einen Technologiesprung hin zu neuen Materialien, höherer Energiedichte und besserer Speicherung. Eine vielversprechende Lösung wäre es, effiziente Wege zur Umwandlung von Sonnenenergie in chemische Energie zu finden. Im Labor funktioniert das, aber der Wirkungsgrad ist für die Marktreife noch zu gering. Um neue Lösungen zu finden, brauchen wir viel Kreativität und Innovation sowie wirkungsvolle Anreize. Der Übergang zu ausschließlich erneuerbaren Energien ist ein komplexes Problem, das Technologie, Wirtschaft und Politik betrifft. Die Prioritäten zur Bewältigung dieser Aufgabe hängen von den spezifischen Annahmen ab, von denen wir zur Lösung eines so vielfältigen Problems ausgehen. Es gibt aber reichlich Grund für Optimismus. Die besten Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten an diesem Problem und erzielen immer wieder Durchbrüche. Außerdem investieren viele Regierungen und Unternehmen in Technologien, um die Energie in unserer Umgebung nutzbar zu machen. Wir haben die Mittel und das Wissen um die Welt zu retten, aber was kommt als nächstes? Unter ad.ted.com-earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 es wird also untertitelt.